Hallo, hier ist Bianca vom Obstgarten Rosenweide. Heute möchte ich die letzten roten Johannisbeeren ernten. Es ist eine späte Sorte. Zum Johannisbeeren ernten braucht man ein super wichtiges Werkzeug. Und das habe ich hier. Das ist das wichtigste Werkzeug beim Johannisbeeren ernten. Nämlich ein Stuhl. Da kann man sich zu hinsetzen und wunderbar im Sitzen ernten. Meine Schüssel. Und nun werden die Johannisbeeren einfach immer hier so abgenommen. Wie man sieht, sind sehr viele hier unten drunter. Wussten Sie schon, dass Johannisbeeren seit ungefähr dem 14. Jahrhundert kultiviert wurden? Und dass es verschiedene Sorten gibt. Also nicht nur rote und schwarze, wie jeder sie kennt. Oder auch die gelben oder weißen. Es gibt auch noch die Johannisbeeren als Zierpflanzen. Die haben so wunderschöne gelbe Blüten. Und Johannisbeeren, besonders die Blüten von diesen schwarzen, die hier hinten stehen, die werden zur Parfumherstellung genutzt. Ja, das ist so das Wichtigste, was man von den Johannisbeeren so weiß. Wenn Sie zu Hause Johannisbeeren haben und Sie wollen die hier von runter rispeln, dann rispeln Sie die bitte, ich komme mal ein bisschen dichter ran, dass Sie das sehen, dann rispeln Sie sie immer bitte so, dass Sie hier von oben anfassen und so runternehmen. Dann kriegen Sie die Früchte ohne kleine Äste dran und die bleiben hier dran. Wenn Sie die andersrum halten, am Beispiel wenn Sie sie mal so halten zum Runterrispeln, dann passiert es, dann sehen Sie das, dann bleiben hier die kleinen Ästchen dran. Das ist natürlich blöd. So, jetzt werde ich hier weiterernten, sodass ich endlich mal fertig kriege. Mal sehen, was ich daraus koche. Marmelade oder Likör. Vielleicht esse ich sie auch so roh, selber, ganz und gar. So, bis ich das hier geerntet habe, das dauert natürlich noch eine ganze Zeit. So, ich habe jetzt schon eine ganze Menge Johannisbeeren gepflückt und ja, eigentlich das Schönste am Johannisbeeren pflücken ist, das hier. Mh, so lecker. Wie wir sehen, man muss die Äste immer ein bisschen hochheben und dann sieht man, wie viel da drin hängt. Ja, und das macht richtig Spaß, die denn zu ernten, wenn man jetzt einfach immer wieder diese Dinger hier so hoch ran macht und runter nimmt, dann hat man ganz viele, ja, und manchmal rötzt das auch so, dann hat man nur die Einzelnen. Die muss man natürlich immer essen. Auch hier muss man natürlich beim Pflücken aufpassen, dass man die Fruchtstände fürs nächste Jahr dabei nicht zerstört. Wussten Sie eigentlich schon, dass die Johannisbeeren zu der Gattung Stachelbeeren gehören? Ja, Sie haben richtig gehört. Die Johannisbeeren und die Stachelbeeren gehören in die gleiche Gattung. Schwarze und rote Johannisbeeren und die Zierjohannisbeeren und die Stachelbeeren, also alle Farben gehören in eine, in eine, in die gleiche Gattung. Hier sind auch noch so viele. Gut, dass wir den Stuhl haben. Ich muss jetzt mal ein bisschen rum, 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 rutschen. Beim Rutschen muss ich natürlich aufpassen, dass ich nicht hinfalle. Lieber aufstehen und den Stuhl da zur Seite stellen. Und dann kann ich hierher. Sonst falle ich hier noch um. Das ist mir übrigens schon ein paar Mal passiert. Bevor ich jetzt anfing zu ernten, das haben Sie jetzt nicht gesehen, habe ich ein Netz runtergemacht von diesem Busch. Denn ohne Netz hätte ich gar nichts zu ernten. Die Vögel lieben diese roten Johannisbeeren und sind ständig dabei. So, dann stelle ich nochmal hin. Moment, so, jetzt stehe ich besser. Mein Gesicht ist ein Schatten. Gehen wir... Noch ein bisschen mehr nach da. Dann ist das so schön. Besser? Ja, dann kommt er schon weiter her. Moment. So. Ja. Hm? Ja, so. So, nun habe ich diesen kleinen Busch abgeerntet. Und da ist doch schon eine gute, ansehnliche Menge bei rausgekommen. Ich lasse auch immer noch ein paar Beeren hier drin hängen. Ich ernte die nie so ratzefatz leer. Ich lasse den Vögel auch nochmal ein bisschen was. Und das war es wieder aus dem Obstgarten Rosenweide. Ich bedanke mich und bitte abonniert meinen Kanal. Und ob du hier bist, wenn du die stove��서 heute schon während.. Und ja, deutlich besser gesehen. Ich bin mal schlecht dazu. Das ist ja nicht so richtig, dass du lieber Leon.